5 Strecken erreichen aus allen Himmelsrichtungen den Großraum Dresden. Zu den zentralen Punkten zählen der Hauptbahnhof und der Bahnhof Dresden-Neustadt mit ihrem ICE- und IC-Verkehr. Bemerkenswert sind die internationalen EC-Zugpaare Prag-Dresden-Hamburg-Altona, die inzwischen durchgehend mit Vektron-Elektrolokomotiven von der CD bespannt werden. Unser neuer Film zeigt den aktuellen quirligen Betrieb auf dem Dresdner Schienennetz. Ein Rückblick in die Zeit vor und nach der Wende zeigt die rasante Entwicklung. Kommen Sie mit zur Parkeisenbahn, zu den Bergbahnen oder fahren Sie mit in den Schmalspurbahnen. Eine Hauptrolle spielen die vielen Dampflok-Feste und Dampflok-Treffen im BW Dresden-Altstadt seit den 90er Jahren. Dresden und seine Eisenbahnen, Altes und Neues, Seite an Seite, in 58 Minuten, in Bild und Ton. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017